Hallo sehr geehrte Damen und Herren, wir machen gar nicht lange rum, sondern kommen direkt zum Punkt. Ich werde immer wieder gefragt, Daniel, wie kriegst du denn diese Kamerabewegung so entspannt hin, dass das so angenehm und so smooth sich bewegt? Denn üblicherweise sieht das anders da aus. Nämlich so, dass man ganz hart diese einzelnen Kameraperspektiven einfach durchschaltet. Und die Lösung, die ist unheimlich einfach. Ich zeige euch mal direkt, wo man das Ganze herbekommt. Es handelt sich hierbei nämlich nicht um einen Mod, den man im Mod Manager im ETS2 mit einfügen kann, sondern es geht sich hierbei um ein sogenanntes Plug-in, was zwar auch in dem Bereich ETS2 mit installiert wird, aber ganz anders, der bedient wird. Und das ist im Grunde so eine Einstellung, die macht man einmal und kann sie dann vollkommen vergessen. Das gute Stück nennt sich Smooth Interior Camera und ist von einem netten Herrn namens Biotre Grupper. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ganz einfache Geschichte und hier auf dieser Seite, den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung, findet ihr das Ding nochmal komplett erklärt. Hier ist auch nochmal ein schönes Erklärvideo mit dabei, aber wir können das Ganze ganz kurz machen. In der aktuellen Version gibt es nämlich auch einen ganz banalen Installer. Runterladen, starten, dann werdet ihr einfach gefragt, ob ihr das Ganze für den ETS2 oder den ATS oder für beides installieren wollt. Und ganz wichtig, ihr müsst dort als Installationspfad den Pfad auswählen, wo die entsprechende EXE-Datei mit hinterlegt ist. Das ist aber da schon der Standardpfad ist mit vorgegeben und das Ganze findet ihr dann auch in eurem Steam-Verzeichnis, wo das Ding dann mit installiert wurde. Wenn das einmal installiert wurde, dieses Plugin, dann kann man das im ETS2 aufrufen. Standardmäßig mit der Entfernen-Taste. So sieht dann dieser sogenannte Plugin-Manager aus. Aktuell habe ich das Ding mal ausgeschaltet gehabt und damit kann man es eben entsprechend wieder anschalten. Dann gibt es hier noch drei weitere Buttons. Ganz entscheidend für uns ist einfach nur Settings. Hier haben wir Einstellungsmöglichkeiten für die Bewegungsgeschwindigkeit und den Winkel, wie weit das gehen soll. Denn auf was verweist das Ganze einfach? Das ist eine ganz, ganz simple Geschichte. Wenn wir nämlich in die Optionen gehen, in die Tastenbelegung und sind hier in dem Bereich, wo eben die ganzen Kamerasteuerungen und Ansichten sind, dann gibt es die Innenansicht rechts, links und die Innenansicht vorne. Und das sind genau die drei, die wir für den Bereich jetzt einfach brauchen. Das, was ihr hier in den Tastenbelegungen konfiguriert habt, ist auch das, was eben das Plugin mit abruft. Im Grunde greift dieses Plugin nicht auf die Tastenbelegung an sich zu, sondern ändert einfach den Wechsel von diesen Kameraperspektiven von der einen zur anderen. So, was haben wir hier jetzt einmal? Ich habe hier, es gibt einige Sachen, die man noch mit einstellen kann, aber wir gucken uns wirklich die Dinge an, die man genau für diese Funktion braucht. Es gibt hier einmal den Animation Speed, das heißt Bewegungsgeschwindigkeit. Ich bin hier bei Punkt 300. Simple Sache, wenn man hier etwas ändert, sieht man dann auch hier so einen glühen Streifen und hier unten die Info, dass hier ungespeicherte Änderungen sind. Mit Apply werden diese Änderungen mit übernommen und dann kann man das Ganze schon ausprobieren und dann sieht man, das ist so viel zu langsam. Das ist so viel zu langsam. Ja, gleichwohl, wenn ihr das dann hier ungefähr in der Mitte habt, wieder Apply, ist das immer noch ganz zackig, zügig, aber ist halt nicht so einfach dieser harte Cut zwischen den einzelnen Einstellungen. Ihr könnt es natürlich auch weiter hier rüber drehen und sieht das Ganze hier. Ich mag es dann lieber ein bisschen entspannter, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen realitätsnäher, um die Immersion dann eben zu steigern und bin da in dem Punkt um die Punkt 300. Dann haben wir hier diese Bereiche Look Left und Look Right. Center ist Look Forward, also das ist dann hier die Mitte. Die kann ich mir hier auch nochmal einstellen, wenn ihr da einen etwas anderen Winkel haben wollt, aber ich bin bei 0,00 da sauber angekommen. Mit Look Left könnt ihr eben dann genau einstellen, wie weit ihr rumgucken wollt und ihr könntet theoretisch dann noch einmal noch ganz hinten rausschauen, aber das ist es jetzt nicht. So, egal wie weit ihr das Ganze jetzt einstellt, ich bin hier auch so bei diesem Bereich 0,3, 0,35 im Minusbereich und eben hier auch 0,35 Look Right, dann bin ich genau hier neben an dieser Kante von dem Fenster von der Tür. Apply und schon war es das. Schon funktioniert die Geschichte, ganz einfache Sache. Nur wenn ihr hier unten die Experimental Features aktivieren würdet, dann würden hier diese Key Binds dann noch relevant werden. Ich habe hier zum Beispiel nochmal genau dieses Plug-In Fenster, das habe ich geändert von der Entfernen-Taste, weil ich da andere Sachen drauf habe, auf die F8. Aber das ist dann alles, was ihr dann noch persönlich machen möchtet. Im About-Bereich gibt es dann nochmal ein paar Informationen und ja, sonst seid ihr da komplett mit dabei. Mehr braucht ihr hier im Grunde auch nicht einstellen und die Sache funktioniert und es ist total easy. Und ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, wo ich mir gerade dabei bin, ein komplett neues Mod-Setup mal aufzusetzen für den ETS 2 1.51. Ich gehe jetzt mal wirklich mein gesamtes zusätzliches Software-Setup, deswegen auch dieses Plug-In und eben auch mein Mod-Setup einmal komplett durch. Ich mache dazu kleine Tutorials, um euch das Ganze eben näher zu bringen, weil diese Fragen im Streams, ich streame jeden Donnerstagabend, so ab 20.15 Uhr, immer wieder kommen. Und auch über den Discord, über E-Mail und Kofi-Seite und was auch immer. Ihr könnt auch gerne mal auf meine Kofi-Seite schauen, da gibt es dann auch noch mehr Informationen zu dem, was ich hier mache. Und unter anderem auch im Shop, findet ihr noch kostenlos, tippt einfach dann als Preis eine Null ein. Da gibt es dann jede Menge Content oder jede Menge Informationen noch. Unter anderem eben auch meine aktuelle Mod-Liste oder die von älteren Versionen. Und das ist ein Live-Zugang zu einem Google-Sheet. Das heißt, das, was ich ändere, was ich dann gerade anpasse in meinem Mod-Setup, das seht ihr dann auch. Ihr bekommt den Link zu dem Google-Sheet dann zugeschickt. Das ist ein sogenannter Free-Plus-Artikel. Ihr könnt da eintippen, was ihr für richtig haltet. Ihr könnt als Preis, was ihr bezahlen wollt, eine Null eintippen. Dann bekommt ihr das denen kostenlos zugeschickt. Oder wenn ihr sagt, hey, der macht, der gibt sich echt Mühe. Sollte belohnt werden, könnt ihr mir damit auch gerne was in die Kaffeekasse schmeißen. Das ist aber alles ein Kann und kein Muss. Das ist alles ganz easy. Und dort seht ihr dann eben auch genau, in welchem Setup ich in den Streams fahre oder so generell fahre, auch offline, mit der entsprechenden Sortierung der ganzen Mods. Nicht nur, was ich nutze, sondern auch, wie sie im Mods-Manager sortiert sind und auch die entsprechenden Download-Links und ein paar zusätzliche Informationen. Und das war's auch schon. Happy Trucking, viel Spaß, habe die Ehre. Und das Ding ist Pflichtprogramm. Ich will gar nicht mehr ohne fahren, weil man ja gescheit schauen will, wie es eben jetzt hier mal verkehrstechnisch ist. Links raus ist zu viel Stau. Ich fahre mal rechts raus. Viel Spaß, macht's gut. Euer Daniel, bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020